Mein Name ist Dr. Rolf Gehner, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Osteopath und Kinder-Osteopath. Ich möchte heute ein Video vorstellen über das Thema Bauchschmerzen, sowohl akut als auch chronisch, funktionell und organisch. Sie können dieses Video aufrufen über den Link infectofarm.com für Patienten, Ratgebervideos. Ich werde den Link, den ich gerade vorgelesen habe, in die Videobeschreibung unten packen. Dann können Sie den anklicken und sich dieses Video über das Thema Bauchschmerzen dort anschauen. Viel Spaß dabei!